hi hallo ich bin's Alena ich habe mir gedacht ich nehme euch heute mal so richtig ganz hautnah mit durch meinen ja putz morgendlichen irgendwie wieder gerade gerücke der wohnung ja wieder tolles deutsch bitte entschuldigt ich habe erst meinen dritten kaffee vor mir auf alle fälle ich habe mir gedacht ich nehme euch heute mal so richtig live mit also echt zeit dadurch ist das natürlich jetzt heute ein sehr langes video wenn du das schneller sehen möchtest kannst du das unten bei den einstellungen direkt in der wiedergabe geschwindigkeit ja abspeeden oder einfach auch hautnah mit mir mit putzen und wie ihr seht ich bin nicht die schnellste da macht euch mal keine falschen hoffnungen dass ich so ein ganz schnelles rapi zappi bin vor allem nicht heute das problem ist ich hatte gestern wieder starke migräne heute geht es mir noch nicht ganz so gut darum habe ich heute auch ein bisschen langsamer gemacht was das putzen angeht was das aufräumen angeht denn ich habe noch so leichte kopfschmerzen und ich will nicht schon wieder eine tablette nehmen und habe mir gedacht dann machen wir eben einfach mal in ruhe ganz entspannt mit dir zusammen ist vielleicht auch mal eine schöne sache ich putze gerade meine arbeitsplatte in der küche ab denn es gibt immer in jedem raum so gewisse in anführungszeichen hotspots entschuldigung ich habe ein frosch im hals also es gibt in jedem raum bei mir so gewisse hotspots wo ich einfach festgestellt habe wenn ich die sauber mache und wenn ich die freiräume und aufräume sieht der raum gleich um einiges ordentlicher aus ich muss ganz ehrlich sagen ich freue mich schon so tierisch auf den kalten nebling nassen verregneten stürmischen herbst denn ich merke dass mich so sonniges 30 grad sommerwetter wie es heute hat bei uns an dem tag wo ich dieses video aufnehme mich nicht wirklich motiviert und freut sauber zu machen da würde ich viel lieber andere dinge machen aber es gibt im haushalt nun mal so einige sachen die müssen einfach erledigt werden und genau das mache ich jetzt heute der geschirrspüler läuft noch deswegen steht die kaffeetasse von meinem mann in der spüle und der geschirrspüler ist noch nicht ganz fertig meine steht im büro die seht ihr nachher auch denn da kommen wir nämlich auch noch hin ins büro ja ich hatte heute wieder in der wohnung einen mittelgroßen rundumschlag zu erledigen das einzigste was ich in diesem video wirklich auf sechsfache geschwindigkeit gepackt habe ist das saugen von allen räumen ich wollte wenn ich das saugen in echtzeit drin lasse dann ist das tierisch langweilig drum habe ich mir gedacht nur diesen bereich ist biete ich ab also mache ich dann in sechsfacher geschwindigkeit damit das einfach nicht zu langweilig und zu anstrengend wird und genau das mittagessen für meinen mann also das abendessen von gestern abend was übergeblieben ist ich koche immer ein bisschen mehr dass sich das dann mein mann auf die arbeit mitnehmen kann wenn ihr aus dem küchenfenster gucken könntet könntet ihr wahrscheinlich mein mann auf der arbeit sehen ja warum ist das hier ganz witzig der kleine hat auch fleißig ein bild gestickert und das schon vor ich glaube zwei drei wochen das ist aber so putzig und niedlich dass wir gesagt haben das hängen wir uns an den kühlschrank ihr wisst ihr ich bin ja da eigentlich so ich meine mich stört es nicht wenn der kleinste uns was bastelt im gegenteil aber für mich ist das dann so schnell visuelle unruhe aber bei diesem bild versuche ich mich wirklich am riemen zu heißen und das jetzt auch mal längere zeit da hängen zu lassen mich stresst sowas tierisch ich weiß nicht ob du das nachvollziehen kannst oder ob du das kennst und ja falls ja dann lass es mich doch bitte in den kommentaren wissen ich habe auch später beim büro wenn wir dahin gehen noch eine kleine überraschung für euch die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten ich habe auch wirklich dieses kamera an und ausmachen und umstellen größtenteils wirklich versucht drin zu lassen damit ihr seht dass dieses kamera ausmachen umstellen wieder an machen eben auch sehr viel zeitfrist die ich so normalerweise wenn ich jetzt ohne kamera putzen würde eigentlich gar nicht habe nicht dass mich das stört aber das sind so bei diesem heutigen putzen wenn man es mal summieren würde ich glaube alleine nur fünf minuten rein kamera anmachen umstellen ausmachen und so weiter also die zeit müsste man dann eigentlich beim putzen in echtzeit abziehen wie ihr sehen könnt wir haben sehr viel obst im moment bei uns waren die birnen im garten reif auch hinten bei der kaffeemaschine liegen zuchinis dass sie sehen aus wie ufos das sind weiße ufo zuchini so heißen die umgangssprachlich ich finde ja mega cool und wir haben sie noch nicht gekocht muss ich ganz offen sagen ich habe auch noch nicht eingefroren ich habe jetzt einfach weil ich die so genial finde vom aussehen her einfach da mal wirklich liegen lassen auch haben wir hier so ein bisschen herbstdeko auf dem küchentisch ihr wisst ja ich bin so der absolute unbegabteste dekorier mensch also das aber ich habe mir gedacht mal so für den herbst für den kleinen nur manchmal muss man sich ja auch einfach mit etwas arrangieren so ich gerade in diesem bereich und einfach mal ja einfach mal was für die familie tun weil es einfach schön ist nicht dass mich das sonst stören würde um gottes willen das soll das jetzt nicht heißen mich nervt also mich regt sowas ja nicht direkt auf aber so viel kleinkram klimpen ich meine ich merke ja selber wie viel das jetzt schon wieder an zeit kostet und warum die kamera ach genau der geschirrspüler ging auf drum habt ihr gewackelt es ist herrlich ich bin doch heute mal wieder ungeschminkt wie ihr sehen könnt also ich habe wimperntische drauf und habe mir nur meine augenbrauen aufgefüllt ich überlege ja schon seit zwei monaten ob ich mir nicht die augenbrauen microbladen lasse ich habe jetzt verschiedene also wirklich seit gut einem halben jahr habe ich jetzt verschiedene wimpern und und haarwachstums serien ausprobiert ja ich bin ich da auch heute nichts nach bei uns sieht das morgens um neun in der nordküche dementsprechend dunkel aus also ist das ebenso also wie gesagt ich habe verschiedene wimpern serien und wachstums serien und sonst was für mittelchen jetzt ein halbes jahr ausprobiert dadurch dass ich mir in meiner jugend also wo ich sehr jung war die augenbrauen total verzupft habe habe ich jetzt seitdem ich sie eben wachsen lasse extreme lücken drin und dieses jeden morgen die augenbrauen auffüllen ja wenn du erfahrungen hast mit microblading lass mir doch mal bitte deine meinung dazu da da wäre ich dir sehr dankbar drüber und ja wie ihr sehen könnt ich habe wieder fleißig gearbeitet ich habe einiges an ich habe für die neue serie schon gedreht für die planung serie die jetzt immer jeden montag um 9 30 kommt ich habe mir also gestern den tag mit kopfschmerzen lag ich natürlich nicht im bett nein wie ganz auch anders sein ich habe für meinen shop sticker bögen designt und noch für diese happy planner diesjahr gibt dann noch für den big und für den classic die undatierten inlets die sind auch in meinem shop und wie ihr sehen könnt meine post-its zettelage wird auch immer größer das muss ich aber mal wirklich irgendwann ja gibt halt so sachen nur die müssen schnell auf dem post-it oder wie ihr sehen könnt da ganz links da hat der kleine was gebastelt um mir gegeben dass ich mir das hier in mein büro packen kann und ich muss jetzt erst mal meinen schreibtisch frei räumen wie ihr seht da liegen notizbücher über notizbücher mein planer weil ich ja gedreht habe das in der schicken classic tülle bei der kaffeetasse ich habe ja wie formuliere ich es jetzt ich habe ein buch geschrieben aus lauter langeweile beziehungsweise ich habe angefangen ein buch zu schreiben es wäre jetzt soweit fertig es heißt dein perfekter kleiderschrank oder der perfekte kleiderschrank bei dem titel bin ich mir noch so ein bisschen unsicher ich habe mir gedacht ich probiere es einfach mal ich möchte aber also mein mann hat schon gelesen er findet es ganz gut muss er ja wahrscheinlich auch sagen aber ich möchte gerne meiner schwiegermutter noch mal geben damit sie drüber lesen kann ob der ob das alles so stimmig ist und ja den müll bringe ich raus in den flur den papier müll weil dafür ist mein mann zuständig nur für alle die immer fragen was mein mann so macht da kommen wir aber dann später zu ich möchte auf alle fälle das skript von meinem buch gerne meiner schwiegermutter mal geben dass sie drüber lesen kann dass sie sagt mensch hier der punkt ist noch nicht so ganz schlüssig da müsstest du noch mal nacharbeiten oder ich meine ich hatte in deutsch zwar in der schule nur zwei und eine eins und auch einen guten abschluss gemacht bei beim realschulabschluss aber es ist dann doch immer noch mal schön wenn eine deutschlehrerin also eine pensionierte deutschlehrerin drauf gucken kann denn ist immer schon ganz gut so mal gucken ich weiß noch nicht ob es wirklich ein buch wird dass man dann kaufen kann oder ob man dann sagt ich mache daraus vielleicht doch lieber einen online kurs ja es ist war einfach ein hirngespinst ich nur was macht man halt so wenn man nachts nicht schlafen kann oder ewig nicht einschlafen kann oder weiß ich nicht ja ich suche mein putzmittel ach ich lieb es wenn ich mich beim putzen sehe wie viel peilt ich eigentlich bin ich glaube die planung serie tut mir auch ganz gut die jetzt jeden monat montag online kommt denn wie ihr sehen könnt ich suche auch ziemlich viel obwohl schon bei mir sehr strukturiert ist aber das ist dann wenn ich in gedanken bin und einfach vor mich hin putze dann mein budget planer mit meinem alten bullet journal was ich jetzt umfunktioniert habe als mein ausgabenbuch muss ich natürlich aufräumen und ich weiß nicht also ich finde unsere wohnung ist sehr putzig also für knapp 100 quadratmeter ist die raumaufteilung sehr lustig denn ich habe im büro immer extreme probleme ich weiß nie wie ich meine kamera stellen soll genauso wie im bad ich habe dann das gefühl es ist nicht ja irgendwie sieht das so gequetscht und gedrungen aus das sind meine ausgaben die ich habe für meine buchhaltung mit youtube etc mein zweiter computer der eigen also mein privat computer der andere der kleine ist ja der vom verein den großen computer stopfe ich jetzt unter meinen kleinen computer und dann habe ich mir gestern alte stempel aus meinem stempel vorrat genommen habe da die alten sachen abgemacht und also die alten stempel aufkleber die da drauf waren und habe mir da welche drauf geklebt mit sekundenkleber die ich tatsächlich auch wirklich gut brauchen kann und auch benutzen kann und ja das ist mein schrank der schande da ist schminkzeug drin da ist mein nagelzeug drin ich überlege schon ob ich nicht in der adventszeit ganz ganz viele verlosungen auf instagram und facebook mache und original unbenutzte unverpackte noch nie angerührte schminke verlosen soll schreibt mir mal in die kommentare was du davon hältst ob das eine idee wäre ich meine alles was in dem schrank ist habe ich noch nie angefasst habe ich noch nie ausgepackt war ich mit den fingern noch nie dran noch nie drin ist nur nicht benutzt als das niegelnagel neu und ja genau ich habe sogar drin gelassen wie ich gerade feststelle wenn ich den raum verlasse um was weg zu schmeißen und das sind immer so sinnlos wege ich hätte es wahrscheinlich auch also ich könnte mein zeitmanagement mit sicherheit noch verbessern aber dazu kommen wir gleich ich habe hier zwei schicke schuhkartons fertig gemacht denn alena nimmt ja auch gerne schuhkartons zu verschicken ich habe hier zwei sets fertig gemacht wenn ihr wollt also ich möchte die jetzt hier heute verlosen unter euch wer möchte macht mit er packt mir irgendein nettes kommentar in die kommentarleiste und schreibt ob er das rosen set haben will was hier jetzt rechts ist oder ob er das blaue set will was hier links ist enthält beides das gleiche es ist in jedem ein bullet journal drin es ist sind in jedem design papiere verschiedenster formate drin stifte aufkleber etiketten also wirklich ein schönes gesamtpaket aber ich habe so unglaublich viel das kann ich gar nicht alles aufbauen und ich habe mir gedacht ich mache mal wieder zwei sets fertig und verlose diese heute mal hier direkt auf youtube und ich würde sagen wir lassen das ganze das kommt jetzt am 10 oktober online das video ich würde sagen bis zum 17 lasse ich die verlosung laufen also bis zum 17 10 und gebe am 18 10 die gewinner bekannt auf facebook und auf instagram wegen den adressen und so weiter genau und im community tab hier bei youtube sofern der dann bis dahin noch geht weil soweit ich mitgekriegt habe soll der irgendwann abgeschaltet werden und das finde ich ja sowas von dermaßen doof kommen wir aber jetzt wieder zurück zum zeitmanagement also zeitmanagement technik gerade was diese unnützen wege im haushalt angeht wie wenn ich jetzt putze und dann gerade ein stück pappe noch mal schnell in den müll schmeißen muss da sehe ich auch optimierungsbedarf und ja das ist sind die räder von meinem mann und unser sporthauer die putze ich nicht das macht mein mann nämlich selber und die hatte erst geputzt und da bin ich auch sehr sehr dankbar für und jetzt gehen wir auch ins wohnzimmer hier war heute echt wenig zu tun wie ihr sehen könnt es hält sich wirklich in grenzen und ich bin da recht froh darüber dass es im wohnzimmer heute sehr wenig war weil ich glaube sonst hätten wir heute ein stunden video gehabt den glastisch musste ich allerdings mal abwischen wie ihr sehen könnt es sieht eigentlich so von weiten sauber aus wenn man aber dann näher herangeht stellt man fest ja könnte man ja auch mal wieder den glasreiniger drüber schmeißen damit es dann wieder ein bisschen ordentlicher aussieht und auch sauber aussieht ich dachte eigentlich ich mache nur die glasplatte und dann ist gut und dann habe ich festgestellt wenn ich jetzt schon die glasplatte gemacht habe und kurz warte bis es einweicht das ist dann doch schon wieder ich meine man sieht es kaum auf weißen möbeln aber staub war dann doch da also habe ich mich entschlossen ich wische ihn dann doch einmal noch rund rum und oben drüber noch einfach ab ich nehme auch hier wieder meine bambuslappen die den staub eben schön festhalten hier jetzt direkt benutzt habe ich meinen diy glasreiniger und für alles andere was jetzt nicht so glas ist oder was so andere flächen also glas oder spiegel sind nehme ich eigentlich den allzweckreiniger allerdings ist mir dann mein allzweckreiniger so gut wie leer gegangen heute beim putzen so dass ich auch den badreiniger der nichts anderes ist wie der allzweckreiniger nur eben im bad steht dann noch mit rausholen musste später im bad und dann das waschbecken einfach mit dem glasreiniger geputzt habe weil ich wollte jetzt nicht noch zwischendrin neues putzmittel machen das schreibe ich mir jetzt wieder auf eine schicke liste und da mache ich das nachher während dieses video dann sich rendert und komprimiert damit ich es hochladen kann und ja genau tablet musste ich auch mal wieder abwischen das ist auch immer so eine geschichte da nehme ich auch immer sehr gerne den glasreiniger für auch für den computer oder also für die computer und auch die bildschirme und die fernseher es hat mir bis heute nichts verkratzt nichts kaputt gemacht und ich mache das seit zwei jahren und ich habe immer noch klare bildschirme und kann mich da nicht beschweren wäsche musste ich auch wieder sortieren dem fleißigen zuschauer wird auffallen dass das die wäsche war von dem video wie heißt denn wenn es mir jetzt einfällt das auch schön zeitfresser wäsche da hatte ich ja in dem video erwähnt dass ich noch wäsche habe die ich weg wollen muss weil zweimal anfassen ist ja immer nur zeitintensiver wie wenn ich es gleich weg gebannt hätte ich böses mädchen habe sie einfach dann liegen lassen bis zum nächsten tag also heute ich weiß also es ist auch nicht schlimm wenn es einfach mal liegen bleibt es ist rennt ja nicht weg also die wäsche wurde nicht von irgendjemand anderen weggeräumt sie ist da stehen geblieben und von dem her sie hat sich auch nicht selber weggeräumt und von dem her ist das gar nicht so schlimm gewesen und dann mache ich es eben jetzt hoffe natürlich dass der stapel nicht umfällt und bringe jetzt erstmal die kleidungsstapel in den raum wo sie hingehört damit ich es dann auch wirklich gleich wenn ich diese räume dann in angriff nehme auch wirklich gleich einfach wegräumen kann ich nehme jetzt mal einen schluck kaffee denn ich stelle fest der hals wird kratzig einen moment bitte besser genau so ich räume jetzt gerade die wäsche in die betreffenden räume und was macht sie jetzt man sieht es wieder so gut wenn du bist eine eine heldin was die kamera einstellung angeht ich bringe jetzt meinen wäschekorb zurück in die ins bad und dann glaube ich genau legen wir die decke noch dahin wo sie hingehört natürlich noch schön sauber zusammenlegen und dann gehen wir auch schon gleich weiter ins kinderzimmer wenn ich mich nicht irre und wenn ich das hier so richtig auf meinem zeitbildschirm sehe genau wir gehen jetzt ins kinderzimmer und wir nehmen noch den kleinen stuhl mit dieser kleine stuhl ist aus im kindergarten die haben jetzt aber seit wann haben wir denn den ich glaube auch schon seit einem jahr anderthalb jahren ja da hat sich der fokus der kamera wieder eingesponnen ok diese sequenz nehme ich raus oder nein ich lasse jetzt einfach drin das ist wenn alena dann mal wieder denkt sie hat eigentlich die kamera ausgemacht hatte aber nicht und dann entstehen solche schicken aufnahmen also schön ich zeige euch jetzt einfach mal so typisch alena im alltag ich denke mal das ist bestimmt auch ganz lustig ich mache jetzt erst mal das bett von klein die zierkissen und also zierkissen ist gut er benutzt sie trotzdem ich nehme aber erst mal das ganze spielzeug aus dem bett ich weiß nicht wie man auf einem auf einem lego roboter oder auf einem lego roboter doch mit unterm kopfkissen schlafen kann aber okay das muss jeder für sich selbst wissen und der kleine mag es anscheinend und mache jetzt erst mal das bett nach dieser tagesdecke die ich da jetzt drauf lege habt ihr auch sehr sehr oft gefragt die habe ich selbst genäht das nähen habe ich nicht gelernt also nicht professionell als ausbildung mir hat meine oma sehr viel beigebracht meine mama hat mir viel beigebracht und in der schule damals damals als ich noch in die schule ging in die grundschule lang lang ist her hatten wir noch handarbeiten und da haben wir auch einiges gelernt und vieles ist einfach learning by doing also wirklich irgendwann einfach mal angefangen wie eine verrückte zu nähen und auch die vorhänge sind selber genäht etc das sind halt so ja hin und wieder ich habe das dann auch mal eine zeit lang mit einem eigenen shop gemacht also mit meinem eigenen online shop habt dann solche tagesdecken genäht und dann verkauft oder auch auf wunschbestellungen genäht aber irgendwann wenn man dann arbeiten geht dann kinder hat und irgendwann wird es mir dann zu vielen und habe ich gelassen und nähe jetzt wirklich nur noch rein an der freude wenn ich mal zeit habe ist aber mittlerweile echt sehr selten geworden und ich habe im moment auch nichts zu nähen jetzt habe ich noch mal kurz geguckt ob ich die kamera wirklich angemacht habe denn die hat ein komisches geräusch gemacht und ich dachte schon wieder sie hat sich abgeschaltet und das ist natürlich schlecht hier seht ihr den kleiderstapel vom klein ich ziehe jetzt erst mal so seine wichtigsten spielsachen erstmal alle wieder auf sein parkhaus und stelle die dahin ist ja nicht so als hätten wir nicht vor kurzem mal alle schränke durchsortiert ich bitte immer wieder mal dass er seine wäsche selber wegräumt natürlich hat er noch nicht so ganz verstanden und ich habe es ihm auch noch nie erklärt schande auf mein haupt und asche auf mein haupt dass wenn man hosen rollt das dann mehr ins fach passen als wenn man so einfach nur reinlegt und wir üben er wird jetzt erst fünf im oktober ich finde es auch nicht schlimm ich finde schön wenn er dann mal mithilft ich zwinge ihn aber nicht dazu genau dann werden wir auch schon beim thema mithelfen viele von euch fragen immer was mein mann macht im haushalt ja es ist relativ witzig erklärt oder relativ kurz erklärt mein mann arbeitet sehr viel also mein mann bringt den kleinen in der früh um drei viertel acht in den kindergarten da bin ich ja schon nicht mehr zu hause wie aus der morgenroutine wisst und ich hole ihn dann immer nach meiner arbeit ab ich arbeite immer bis halb drei und ja mein mann geht um neun dann auf die arbeit und ist teilweise dann immer erst um sieben abends hier zu hause und wenn ich mal hilfe brauche hilft er mir müll ist also müll runterbringen ist seine feste aufgabe wenn ich mal hilfe brauche dann frage ich ihn oder ich sage die mensch kannst du mal kurz oder wäre es doch toll wenn du mal dein zeug was du benutzt oder was du gebraucht hast dann gleich selber weg wollen das wäre eine große hilfe dann macht er das schon mehr große aufgaben habe ich jetzt hier bei uns in diesem haushalt jetzt eigentlich nicht weil er eben eigentlich den ganzen tag nicht da ist und selbst samstags muss er an und auf arbeit und ist dann teilweise auch vor also zwischen zwölf und eins immer erst irgendwann zu hause und ich muss ganz ehrlich sagen die wenige zeit die wir als familie dann zusammen verbringen können am wochenende die möchte ich eigentlich schöner mit meinem partner und meinem mann und unseren kleinen verbringen und dem großen wenn er da ist als wenn ich jetzt sage jetzt muss er noch den rest vom samstag irgendwie putzen und da bin ich also ich weiß nicht wie du das handhabst aber ich denke mir halt ich meine ich arbeite auch bis halb drei so ist es nicht ich mache auch youtube auch das ist irgendwo arbeit aber sie macht halt spaß und da empfinde ich youtube jetzt nicht als arbeit und ja ich muss ganz ehrlich sagen ich bin halt so ich mache es dann schnell lieber selber weil ich dann weiß ich kann meinem partner damit was gutes tun er kann sich dann entspannen er also in der partnerschaft einander helfen und füreinander auch mal was erledigen finde ich jetzt überhaupt nicht dramatisch und auch nicht schlimm und wenn ich hilfe brauche und der urlaub hat hilft er mir im haushalt genauso mit wie jeder andere auch oder und so ja ich hoffe doch dass das jeder andere auch macht also unter der woche kurz erklärt alena macht schon eine stunden geschichte raus kurz erklärt unter der woche ist er kaum zu hause deswegen mache ich so jetzt auf dem schreibtisch habe ich jetzt die bastel und kritzel kratzel bilder von liam einfach liegen lassen denn er ist damit noch nicht fertig er probiert gerade verschiedene stifte aus denn das war bei mir gesehen als ich letztens meine stifte aussitiert habe dass ich auf mir ein blatt geschnappt habe und jeden stift ausprobiert habe und dann lustige wellen und dinger gemacht haben alles was nicht mehr ging habe ich dann entsorgt ich musste mich gerade an der kamera vorbei quetschen und muss jetzt im schlafzimmer nur das bett machen und die wäsche wegräumen und ja es ist ein stillkissen was da auf meiner bett hälfte liegt und nein ihr braucht nicht auf meinen bauch gucken hier wird keinen weiteren nachwuchs geben aber so ein stillkissen ist zum schlafen nachts super bequem deswegen habe ich es jetzt wieder da liegen macht euch keine falschen hoffnungen hier wird es keine weiteren kinder geben wenn es nach meinem mann geht wenn es bei mir geht ist es eine andere geschichte aber das so ist es halt in einer ehe der eine möchte der andere nicht also ja es ist so ein thema was man einfach auf eis legt erstmal aber es ist nichts geplant und es ist nichts akutes also alles gut nur so okay ich mache jetzt mein bett und wie ihr seht also viele hatten mir auch beim letzten video wo ich euch nach schlafzimmerinspirationen oder ideen gefragt habe hatten auch viele geschrieben ich soll mir doch da unbedingt einen kleiderschrank hin machen und dann das bett anders stellen thema kleiderschrank kleiderschranken riesens drei meter ding hatten wir wenn du meine ganz alten videos anguckst wirst du ihn sehen fand ich mega unpraktisch strom haben wir kommoden mit einem hängesystem darüber das bett können wir nur so stellen von der wand wegrücken hinten am fenster damit er noch nachtisch hin passt wer zwar eine idee problem ist nur wenn wir das bett noch ein stück nach vorne holen dann kommen wir an den kommoden nicht mehr vorbei das schlafzimmer hat eben ist sehr klein hat einen sehr asymmetrischen schnitt und selbst wenn wir das bett jetzt praktisch steht sind jetzt vertikal jetzt steht es horizontal im raum also wenn wir da jetzt so drauf gucken wenn ich jetzt vertikal stellen würde dann würde ich das fenster nicht mehr aufkriegen von dem her ist es echt bisschen schwierig ich weiß noch nicht vielleicht vielleicht werde ich irgendwann büro und schlafzimmer miteinander tauschen aber das problem ist ja dann auch dass die fahrräder und unser also unser sport tower also unser unsere kraft kraft sport tower dann auch in dieses kleine zimmer müsste und ich vermute mal das passt nicht also es ist ein bisschen schwierig wir haben eindeutig zu viel zeug ich muss noch mal aussortieren aber der winter kommt ja bald unter herbst auch und dann können wir noch mal eine alle eine runde in uns gehen und jeden raum miteinander nochmal hardcore durchsortieren wenn du dazu lust hast ich werde es auf alle fälle machen ich bereite mich jetzt schon mal mental darauf vor dass wir das tun werden und am besten machen wir das doch gleich als großen akt im neuen jahr oder vielleicht auch noch im advent ich weiß noch nicht mal gucken ich auf alle fälle muss hier noch mal dringend durchsortieren und wie ihr seht auch noch beim wäsche wegräumen bei mir im schrank alena hat die hosen nicht gerollt das macht jetzt schön ist es und ja da steht immer noch ein eingepackter akkustaubsauger rum den habe ich noch nicht ausgepackt der ist nämlich noch extra wie gesagt ich weiß auch noch nicht was ich mit dem mache also hier zu hause bei mir gibt es auch schon wieder einige baustellen um die ich mich einfach kümmern muss viele unerledigte dinge die ich eben dann einfach so sehe wie jetzt zum beispiel dieser unausgepackte akkustaubsauger um den ich mich immer noch nicht gekümmert habe aber hey der rest ist erstmal soweit okay würde ich sagen oder ich hoffe ihr hört meine waschmaschine im hintergrund jetzt nicht ich habe mich nämlich entschlossen ich schmeiße doch noch mal schnell eine helle wäsche an wir gehen jetzt ganz zum schluss ins bad ich weiß das ist untypisch ich habe mich aber heute einmal von der küche ach so ja erst mal machen wir eine kaffeepause denn der gnädige herr muss ins bad und das möchte er bitte allein tun also trinke ich jetzt erstmal kurzen kaffee jetzt ist er fertig jetzt kann ich ins bad und putzen für alle dies noch nicht mitgekriegt haben als wir auf instagram nicht folgen oder den community tab auf youtube übersehen haben das ist gyni gyni ist unser kater dazu kommt ein video am 14 oktober online mit ja allem wissenswerten zu gyni warum wieso weshalb und für alle die sich jetzt immer noch und nach monaten fragen was mit unserem hund passiert ist unser hund ist nicht mehr unter uns seit ostern und wir waren jetzt lange ohne haustier aber ich finde schönes waschbecken bei uns sieht es auch so aus und ja es sind meine langen haare ich gestehe auf alle fälle wir waren jetzt sehr lange ohne haustier und wir haben uns entschlossen wir möchten also ich habe mich entschlossen ich möchte nicht mehr länger ohne haustier sein habe es mit meinem mann besprochen er war mäßig begeistert aber er findet gyni mittlerweile auch voll cool und ja den namen hat er schon gehabt als wir ihn geholt haben und der bleibt auch weil der ist irgendwie kult finde ich ich habe jetzt erstmal versucht ich sage extra versucht meine dusche einzusprühen mit dem alzweckreiniger denn er war leer also musste ich mir meinen in anführungszeichen badreiniger holen der ist das gleiche wie der alzweckreiniger wie schon gesagt habe nur dass er eben im bad steht damit ich eben nicht wenn ich mal schnell was putzen möchte dann immer rüber rennen muss in die küche und so weiter und ich mache jetzt dann gleich im anschluss wenn das video sich hier fertig rendert mache ich dann meine putzmittel noch mal schnell selbst damit ich sie eben dann wieder aufgefüllt habe ja wenn die nase juckt und ich sehe toll aus wenn ich nicht geschickt bin vor allem bei so schönen lichteinstellungen ich verstehe langsam immer mehr dieses sprichwort das beste licht ist kerzenlicht und mondenschein und es hat ja so recht dieses sprichwort aber hey ich muss ganz ehrlich sagen ich habe auch nicht jeden tag lust nur irgendwas an schminke ins gesicht zu packen außer eben wimperntusche und mal kurz die augenbrauen auffüllen denn ich habe festgestellt je weniger oder je seltener schminke ich benutze also sprich ein concealer oder puder und so weiter desto weniger haut unreinheiten habe ich und deswegen nutze ich wirklich so viel wie möglich wenn es nicht gerade also auf arbeit ist es eine andere geschichte da schminke ich mich eigentlich dann täglich wenn ich gehen wenn ich gehe aber hier zu hause und das stört es mich auch nicht wenn ich dann youtube video filme weil ich muss ganz ehrlich sagen ich möchte meine haut auch atmen lassen und bis auf so zwei ja wie nennt man es jetzt eine narbe am kinn die ich seit der hochzeit habe und einen etwas größeren größeren pickel er kennt ihr meine hautprobleme das habe ich euch schon öfter mal erzählt auf alle fälle bis auf zwei stellen in meinem gesicht bin ich ganz zufrieden wie meine haut im moment aussieht und darum sehe ich mich auch nicht mehr jeden tag genötigt mich nur hierfür zu hause irgendwie zu schminken wenn ich natürlich auf arbeit muss das eine andere sache ich putze jetzt erstmal mit dem glasreiniger unser waschbecken das funktioniert supergut denn das wasser perlt danach genauso ab ich muss nicht mehr groß irgendwie nach polieren wenn ich natürlich meinen lappen nass gemacht habe dann muss ich mit einem trockenen nach polieren und aber ansonsten wenn ich da jetzt nur normales putzmittel oder halt selbstgemachtes putzmittel drauf und der lappen an sich trocken ist dann brauche ich nicht mehr nach polieren das ist das tolle an diesen bambustüchern im bad gibt es jetzt eben auch noch so diese typischen flächen ich habe die holzbretter immer noch nicht festgemacht denn die sind noch so ein bisschen gewählt also diese noch nicht ganz gerade durchgebogen und ich habe mir gedacht sobald das wetter jetzt eben wieder ein bisschen kälter wird legt sich vielleicht noch mal ich meine vielleicht bin ich da jetzt auch ganz falsch was den gedanken angeht aber ich habe jetzt die holzbretter obendrauf diese echt holzbretter die wir zusägen haben lassen im baumarkt die habe ich jetzt noch nicht festgemacht weil ich mir gedacht habe ich warte mal ob sich das holz noch so ein bisschen ausfällt das toiletteputzen habe ich wieder rausgeschnitten ihr kennt mich ich mag es nicht darum filme ich es auch sehr selten mit einem neuen lappen nach der toilette gibt es einen neuen lappen ja habe ich dann noch so die üblichen staubflächen abgewischt da ist mir dann eingefallen mensch alena vielleicht filmst du auch was da abwischt und ja hier ist der deckel von der katzentoilette drin wir haben nämlich festgestellt günny mag diese deckel gar nicht wir hatten diese schwingtür erst drin da gab es dann ja mit günstigen blick von unseren karten dann hatten wir diese schwungtür draußen oder schwingtür und nee also er mag auf seiner toilette keinen deckel das haben wir schon mitgekriegt darum haben wir den auch nicht mehr drauf sondern lege ich jetzt erstmal die abstellkammer bis ich weiß was ich mit dem anstelle und noch mal so als kleiner tipp nebenher wenn ihr euch oder wenn du dir irgendwie ein älteres tier holst oder ein tier aus dem tierheim holst ich hatte erst ganz normales katzenstreu in der katzentoilette drin hat dann dazu geführt dass günny uns einmal auf meine bettdecke gepullert hat und ich dann alles waschen musste das war aber nicht schlimm kann passieren und einmal ging es noch ein unfall auf dem büro boden bis mir dann aufgefallen ist mensch sag einmal die hatten doch im tierheim in den katzentoiletten hatten sie doch kleintierstreu also holz späne drin dann bin ich los wie eine begeister habe kleintierstreu geholt habe das mit dem katzenstreu gemischt und ob ihr es glaubt oder nicht seitdem benutzt er seine toilette zu 100 prozent manchmal liegt wirklich nur an der an der eigenen blödheit möchte ich mal so meinen also ich habe nicht mitgedacht und habe mir gedacht mensch sammer der hat doch auch da sein klo benutzt warum macht er das bei uns jetzt nicht kann natürlich auch immer mal damit zusammenhängen wenn ein tier von einer gewohnten umgebung in eine völlig neue kommt dann kann es immer mal zu unsauberheiten kommen das ist normal das muss sollte man bedenken aber seitdem ich eben das kleintierstreu mit rein gemacht habe benutzt er seine toilette sehr 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 diszipliniert und ich mache das jetzt so dass ich dieses kleintierstreu ich habe ja eine tüte da immer weniger mit in das katzenstreu reinmischen werde so dass er dann praktisch umgestellt wird weil diese holz späne imitieren sand und straßenkatzen oder fundkatzen oder generelle katzen die auf der straße leben die kein festes zu hause haben die gehen meist mehr auf sandigeren untergründen ihr geschäft verrichten und daher sind da holz späne drin so hat mir dann das tierheim erklärt gut wie gesagt ich muss ja auch irgendwie dieses monster video vom text her voll kriegen darum rede ich heute einfach mal aber alles mögliche was mir einfällt nachdem jetzt mein badreiniger alles in der dusche aufgeweicht hat was er aufweichen soll also sprich sich selbst oder er selbst meine dusche gereinigt hat habe ich das ganze noch einmal abgespült und mit einem trockenen lappen nach poliert ich habe dann noch weil ihr sehen könnt dahin kein toilettenpapier mehr noch schnell eine neue toilettenpapier rolle mit dran gehängt und dann können wir auch schon einmal saugen und ich hatte euch hervor gewarnt dass ich das saugen in den räumen auf sechsfache geschwindigkeit mal kurz vor spule denn das ist jetzt nicht so wirklich spannend wie ich vermuten möchte und ich wollte einfach nicht dass es dann zu lange dauert wir erinnern uns dass ja der geschirrspüler in der küche mal kurz die kamera gekickt hat und während jetzt der rest unser geschirrspüler wenn er fertig ist jeder von selber auf ich warte dann immer noch ein bisschen und das habe ich jetzt die ganze zeit während ich geputzt habe und ordnung gemacht habe auch so getan dass sich das ganze einfach von selber erst mal jetzt grob noch an der luft abtrocknet oder selbst trocknet einiges musste ich dann natürlich noch mal nachtrocknen wie zum beispiel unsere brotdose das ist auch die einzigste plastikdose diese auch im kleinen kindergarten weil da dürfen wir ja keine glasdosen mit geben und auch die töpfe denn die haben offene henkel und da sammelt sich immer ganz gerne das wasser drin drum muss ich diese sachen immer noch mal nach polieren wie ihr sehen könnt da läuft auch gleich wasser raus und habe ich da ein geschirrhandtuch hingelegt dass das ganze mir nicht gleich wieder die frische arbeitsfläche einfach voll wässert sondern dass das dann erledigt ist und bevor mich jetzt dieser eine kaffeetasse in der spüle nervt den ganzen tag habe ich mir gedacht machen wir jetzt auch noch schnell den geschirrspüler zusammen dass wir den ausräumen dass ich meine tasse da also die tasse von meinem mann endlich wegkriege damit ich wieder ordnung habe damit es wieder sauber ist und aufgeräumt ist und alles wieder so an seinem platz ist und ich brauchte dann noch ein zweites geschirrhandtuch weil ich habe festgestellt wenn man zum beispiel jetzt in der küchenspüle diese eine benutzte tasse hat und der geschirrspüler ist zwar fertig aber es erbaumt sich niemand was böse formuliert und räumten aus dann gesellt sich zu dieser kaffeetasse ganz schnell irgendwelcher anderer kram und die arbeitsflächen also diese freien flächen die ja frei bleiben sollen wie zum beispiel die arbeitsplatte in der küche wuchert dann irgendwie so sehr selbstständig einfach zu nur weil diese eine kaffeetasse nicht da ist wo sie hingehört nämlich in den geschirrspüler weil der ist ja voll oder fertig und muss noch ausgeräumt werden und ich habe es ist ganz interessant das sind so die kleinen experimente an meiner familie die ich manchmal ganz gerne mache ich habe das wirklich mal in einem selbstexperiment mal ausprobiert was passiert wenn eben kein genutztes geschirr mehr in der küche rum steht lustigerweise räumst dann alle in den geschirrspüler kaum steht da wirklich ein benutztes glas eine benutzte tasse ein benutzter teller der nicht im geschirrspüler ist dann stellen die das oder dann stellt meine familie das dann einfach dazu anstatt geschirrspüler auf alles rein oder mal schnell aufrang also das sind so experimente einer mutter jetzt zu hause an der eigenen familie und ich wenn du auf meinem kanal schon länger mit dabei bist und bei mir zu hause schon länger zu besuchen ist dann weißt du dass ich da so einen ordnungstick habe auch wenn ich manchmal sehr verplant bin auch wenn ich manchmal einfach was liegen lasse weil es mich in dem moment nicht freut ich weiß aber ganz genau den mist habe ich jetzt selber verbrochen jetzt ist das putzen wieder dreimal länger wie es hätte eigentlich sein müssen weil ich mich selber nicht am riemen gerissen habe und das alltägliche erledigt habe heute habe ich euch einfach mal mitgenommen durch so das ganz alltägliche wie gesagt das was einfach anfällt es ist jetzt kein großartiger tiefengründlicher großputz gewesen am heutigen tag sondern es ist jetzt einfach nur mal so dass was wirklich akut war damit wieder ordentlich aussieht damit man wieder überraschend besuch bekommen kann also ihr kennt mich ja ich habe da so eine macke mein handy war jetzt auch fertig geladen jetzt konnte ich mein ladekabel auch gleich bekommen und mein handy mit ins büro nehmen ich hoffe dir hat das video gefallen denk an die verlosung und dann sehen wir uns einfach beim nächsten video wieder was nicht knapp 45 minuten lang wird ich verspreche bis dahin schieß deine alena